Vor allem wenn man selbst, ja, wenn man selbst mit Sniper spielt. Oh mein Gott! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Splatoon 2. Diesmal, auch wenn ich eigentlich keinen Bock drauf habe, mit dem neuen Sniper und mit einem guten Tim am Start. Hallo! Und ja, ich hab's ja schon mal erwähnt, in irgendeinem Gottverdammten Part, früher oder später, muss ich sowieso einen Sniper spielen. Und dieser Tag ist heute gekommen, auch wenn ich schon, wie gesagt, keinen Bock drauf habe, aber ja gut. Oh, ja, genau, ist klar. Okay. Scheiße, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Oh Gott. Fängt ja gut an. Scheiße. Nein, nein! Ah, da gehe ich erst mal warten, ey. Ah, nein! Ja, du bist halt Gamer, du gehst ja ewig nicht duschen. Ja, ist klar. Du musst halt mal warten gehen. Ja, das ist halt schön mit dem Jetpack, ist klar. Ja! Au. Mann, Mates, färbt ein Junge. Ah, da klickt nur Klecks auf. Nein, nein! Na ja, Mann! Toll! Ah, schon wieder klicksbombe. Wie der plötzlich ein X ist. Goddammit! Goddammit! Ach, komm! Drecksroller. Ich kriege einfach nichts Geschiss mit dem Teil, ey. Aber na ja. Ich gehe mir gerade genauso, ey. Traurigerweise. Ah, Roller. Oh, da ist gerade einer mal gestorben. Ja. Warte mal, wer das war. Ja. Die offensivige Sniper. Oh! Wieder ein Kill. Wow. Saphir ist an Vierer. Definitiv. Ah, scheiße. So ein Hitmarker. Hast du gesehen. So, wir schalten die Karte aus. Ach, du Scheiße. Das sagt gar nichts. Das sagt alles. Jawohl, na ja. Nee, nicht wirklich. Nein! Na! Rückzug. So, jetzt. Oh Gott, ich war nicht gut diese Runde. Ich war ganz und gar nicht. Ich habe bloß sogar mehr Kills gemacht als ich. Ah, ich bin gespannt. Ich habe jetzt nicht wirklich mitgezählt, aber ich denke mal so zwei, drei Kills oder so. Der war jetzt aber auch nicht drin. Okay. Damit kann ich zufrieden sein. Ich habe das nicht geschafft. Drei Kills. Wow. Auch drei. Das ist auch gar nicht das selbe Ergebnis. Gut, okay. Zum Einstieg. Kann man das ja mal machen, aber gleich. Gleich wirst du weinen. Ja. Ah. Drei Runden. Drei Runden. Na, okay. Gut. Das ist machbar. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. Map-Rotation wird auch voll dabei, ey. Der Greten-Kanal. Na ja, gut. Besser als nichts. Und definitiv. In den bekannten Kreisen wird diese Map auch als Snapper-Kanzer bezeichnet. Mengen der Mitte oder was? Oder allgemein? Nee. Der englische Name von der Map ist Snapper-Kanal. Ach du Scheiße. Das sagt schon alles. Ja, schon tot. Ja. Ist klar. Genau. Du sagst, du wirst leiden. Scheiße. Ja. Hey, wird er von hinten attackiert oder was? Nee. Dacht jetzt schon. Ich hätte jetzt gedacht, ich weiß, es wird er doch schon von hinten attackiert, weil ich nur blaue Farbe hinter mir gesehen habe. Nee, du kommst noch nicht hoch. Tschüss. Ey. Wie er schon wartet. Ja, komm ey. Bleib und chillt. Alter, du bist so ein Affe, ey. Ey, du hast mich immer noch getroffen. Ja, wow. Hitmarker hat nicht viel gebracht. Oh, nee, Junge. Junge. Aber ich, der ist mir gerade schon das Herz in die Hose gerutscht. Mir rutscht gleich, mir rutscht es gleich irgendwo anders hin. Ah, er hätte stehen bleiben können, ey. Nein, Klecksbombe. Du, 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 du. Du hast schon wieder tot. Ich sehe nur auf den Map, ich so nicht weiß, wo du warst. Ich. Ah, ah, ah. Das Schlimme ist, ich habe noch einige Sniper vor mir, ey. Wenn ich so nach der Reihenfolge gehen würde, boah, nee. What? Du, du, du hast brauchen, ne? Mhm, 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 mhm. Boah, ey. Die, äh, die, die passende Musik, ey. Es ist so übelster Adrenalin-Kick irgendwie, ich schwöre, irgendwie, ey. Ja, die Musik ist echt, ey. Ja. Scheiße, ich habe es gerade zum Schuss ausgeholt. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Tut mir leid, aber ich wollte dich nicht schießen lassen. Ja, ja, ist schön. Oh, fast getroffen. Als ob. Oh, nur fast. Däh. Nein. Scheiße. Oh, traurig. Und auch nicht mal ein Hitmarker. Mann. Ich kriege es einfach nicht geschissen. Ah, weckst du dies. Ah, Drextitek. Ah, sehr schön. Oh, mal wieder einen Kill gemacht. Wow. Wie atemberaubend. Nein. 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 Pff. Ja, scheiße. Nein. 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 Danke. Geil. Was war ich eigentlich für ein Kill mit meinen Kill? Oh, Mann. Hm. Ja. Was sind das für Teens? Ist schon mal sehr schön. Oh, Mann. Und. Wow. Das war sogar der einzigste Kill, den ich gemacht habe. Du hast mich hier gerade. Nee, ich habe, nee, 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 nee. Das war da jemand anderes gewesen. Ich habe insgesamt in der Runde nur ein Kill gemacht. Ja, jetzt war ich wieder besser. Jetzt habe ich acht Kill zu machen. Oh, scheiße. Na gut. Schon, schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Ey, ich hasse die Map-Motation manchmal. So. Ey, das ist Cancer. Ich hasse diese Map. Snapper Cancer. Die Map geht noch. Nein, die Map ist grauenhaft. Ja, schön. Aber ich finde die Mitte irgendwie überhaupt nicht so geil irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, jetzt hat die Dünoroller. Ah. Ha, 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 ha. Erstmal soffen. Ey. So sterben als anders. Ja, jetzt habe ich schon Gefahr. Ist klar. Ich brauche nicht schneller. Ja, komm, ich habe einfach einen Triple-Kill gemacht. Ja, ey. Ist ja nicht so, ist ja nicht so, als wäre ich erst vor zehn Sekunden wieder... Ach, egal. Toll. Als ob ich den geil gesnackt habe. Du wartest doch förmlich drauf, ey. Nö, eigentlich nicht. Du kannst mir selber einfach nichts einfärben. So ein Mini-Strahl, ey. Wie so ein Piss-Strahl. Nein, du, du, du doch, Alter. Verpisst dich, ey. Piss-Strahl sind die Du... Oh, Jetpack. Kann ich auch nicht so viel reißen damit. Ich wollte gerade meine Ulti aktivieren, Junge. Hast du aber nicht. Ey, Mann. Na, okay. Wenn ich es aktiviert hätte, wäre ich am Anfang so oder so gestorben wahrscheinlich. Während des Aktivierens bestimmt noch. Ja. Du hast damit sowieso eine größere Hitbox. Ey, was war das für eine Assi-Scheiße? Der hat mich umkreist und dann mit der Klecks-Bombe eliminiert. Was war das für eine Assi? Och, komm schon. Zwei gegen eine ist unfair. Ja, wenigstens ist er eine tot. Oh, wow. Shit. Ein Kill. Wow. Hä? Ach so, ich dachte jetzt schon. Ich habe nicht erwartet, dass es klappt. Ey. Ein bisschen zu spät anvisiert, aber schade. Aber wer geht schon wieder auf die Nerven? Ach so. Ah, okay. Ja. Ich habe den noch mitgenommen. Alter, diese Runde war übelst geil für mich. Ah, Mann. Ich habe überzüglich den Geist. Ja, schön. Und das Highlight war wahrscheinlich, mich mit dem Chatpack zu erledigen. Nee, da kam direkt danach. Da habe ich so nach oben gepflegt und habe den getroffen. Das war das, Alter. Habe ich auch heute getroffen? Ja, ey. Ja. Ich glaube, nur ein Kill wird er gemacht diesmal. Ja, nee. Wow, ich habe sogar zwei gemacht. Ja. Das werde ich jetzt extra so bei den beiden Nachbarnabellungen und so ranzoomen, damit es jeder sieht. Oh, meine 13 sieht gar keiner, ne? Nee. Hm. Ja, ja, nochmal. Ja, perfekt. Perfekt. Das dritte Mal schon. Und natürlich ist das Smalltyp in meinem Team drin. Aber auch Flyfish, der Level 80er. Ja, das geht wenigstens. Das ist noch ausgeglichen. Das heißt, zwar immer, Level hat nichts mit Skill zu tun, aber trotzdem regt mich das immer schon immer wieder auf. Das habe ich schon im letzten Part schon gesagt. Ich bin die ganze Zeit. Thomas, aber hier, wo ich gestern gespielt habe, da gab es den Level 1, äh, Stern 71er. Was? The fuck? Wir haben gegen den Stern 49er gespielt. Ja. Ey. Nach dem Jetpack wird er auf gutem Boden und dann bin ich irgendwie zu dumm, darauf zu bleiben und dann gehen wir natürlich erstmal baden. Genau. Dann springt mich weg. Mach das. Nein. Da, Mann. Ja, der Dulli-Typ. Melon. Alles klar. Immer diese kreativen Namen. Kappa. Ach, komm. Ich bin die ganze Zeit irgendwie nur am Einfärben. Na ja, natürlich. Wieder Dullis. Alter. Ach so, es sind noch zwei Leute, wie ich gerade festgestellt habe. Alles klar. Bin der in. Ist das dein Jet? Oh, nee, war es nicht. Oh, Mann. Warum war denn da noch einer? Ja, ich habe gesehen, du hast mich amüsiert. Danke, teammate, dass du im Weg stehst und ich den nicht kehren konnte. Höh? Alles klar. Noch eine Minute, verdammt. Ich habe noch keinen Kill gemacht. Ich auch nicht. Oder doch, nee. Noch eine habe ich gemacht. Eine habe ich gemacht, ganz am Anfang. Ja. Oh, das. Oh, scheiße. Wurde er jetzt den Kill geklaut. So ungefähr. Ja, natürlich von hinten. Genau. Ich bin einmal nicht vorbeigesprungen. Ja, habe es zu spät gecheckt. Ich habe da nur noch die Linie gesehen. Das war es dann auch wieder. Oh ja, es kommt der mit den Dullis, ey. Ja, Dullis sind echt ekelhaft. Vor allem, wenn man selbst mit Sniper spielt. Oh mein Gott. Du warst mir gerade richtiger, einzufärben. Aber naja, hatte nichts gemacht. Noch zum Schluss richtig gegeben. Der erste Kill. Der aller... Erste und letzte Kill in der Runde. Ich hatte zwei. Oh, geil. Ich will die andere spielen. Ja, wäre besser. Aber es wird jetzt so safe. Noch mal in den Kanal gucken. Ja, locker. Wow, toll. Tüpplerkuppel. Wow, toll. Der Motto war Zeit. Wuhu. Die ist besser als die andere. Weitaus besser. Und schon wieder gegen dich. Das freut mich. Ja. Bisschen mal weit nach vorne pushen. Ja, ja, wer kommt da jetzt schon? Hier, finden, finden. Ja, genau. Ja, abgefertigt. Junior Kleckser. Lecker. Ja, schon wieder Gefahr. Wahrscheinlich. Ja. Team wird auch komplett gerade zerstört. Hm, ich merks. Alter. Ach Gottchen. Ihr habt aber ne schicke Base, muss ich sagen. Ja, natürlich hat der Melon jetzt so hart gecampt, dass er jetzt gewartet hat, bis ich wieder auf den Boden komme. So ne Zange. Der Boden der Tatsachen zurück. Das Schlimme ist, ich war ja auf der Brücke gewesen. Ich könnte mich mit dem Jetpack noch nicht mal richtig bewegen. Boah, ey, ich schiel so hart. Ja, ja. Verdient. 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 Alter. Ah, nee. Ja, genau. Ist ja nie so, als wäre ich erst gespawnt worden. Ey. Nee. 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 Jetzt wird schon drauf gewartet, dass ich mich in der Nähe irgendwo befinde. Nein, 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 seh ich nicht ein. Ach, leck mich doch. Ich krieg diese Dünan-Roller nicht. Das ist so schlimm, ich krieg die nicht. Ach, scheiße. Naja, ein paar Hate-Marker gesetzt, naja. Scheiße. Oh, jetzt hab ich den Dünan richtig gut gekriegt. Oh, nee, nee. Bist schon hier, ich hab's gesehen. Hast du das? Ja, ja, jetzt muss der eine mit Dualplatscher nerven. Ah, nee, du bist schon tot. Na, dann brauch ich mir jetzt auch keine Sorgen zu machen. Der Dünan-Roller war's. Ey, man, jetzt kämmt ihr alle bei uns im Spawn, oder was? Sucht euch Hobbys. Ja, ihr kämmt ja auch bei uns im Spawn. Ja, das geht auch. Ich bin irgendwie der Einzigste, der nicht weiter fortkommt, weil ich die ganze Zeit immer getötet werde. Ja, dafür hab ich die aus unserem Spawn erstmal schon ausgemerzt. Sah interessant aus, ne? Oh, das war gerade so ein gequältes. Geh mir nicht auf die Eier. Ja, genau. Und, ich glaub, das war der einzigste Kill. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Nee, das waren sogar zwei Kills. Ja! Ja, klar. Wahrscheinlich. Ah, gut. Wobei fünf gegen dich waren. Okay, gut. Hör mal, hör mal jetzt auf. So. Weg damit. Weg damit. Ich hab mein Ziel erstmal erfüllt. In jeder Rolle in mindestens einen Kill zu machen. Und, ja. Würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und auch die Glocke aktivieren. Und, wenn ihr beim guten Tim vorbeischauen wollt, Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und, ciao Leute. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.